Warum? Ja... Ja, ja, Future-Sexeckel, genau, in Raunen. Ja, ich... Ich weiß jetzt nicht, wie weit wir sind. Wir sind jetzt vor dem Letzten. Wir müssen jetzt nicht alles nochmal machen. Glaube ich, sondern nur den... Ja. Arsch, gegen den Arsch. Ich weiß nicht, wie weit wir sind. Wow. Wann kommt der Ekele? Jetzt wahrscheinlich gleich... Ah, ne, noch nicht. Ah, ah, ah. Hm, hm, hm. Und jetzt? Äh, skinlight. Ja... Ja... Da ist... Ah, zwei. Äh, wenn... Wenn der... Robust kommt, dann gehen... Ja? Ja, lass mal versuchen. Ja, links hoch. Hoch gehen. Ja. Nee, es geht nicht. Licht. Ich dachte, irgendwo geht's hoch. Das ist doch gar nicht groß jetzt. Wir haben einen Rennsatz. Vorsicht Rennsatz bei dir. Ach, Schuss! Yeah! Aaaaaaah Der brennt sich nicht selbst Oh hier, bei mir ist er! Oh scheiße Wo ist er? Wo? Rechts Ah da, ich seh'n dahinter. Der nötig ist das, ne? Ah, 5! Lila! Oh ne, hier ist'n noch Gelber Der ist tot Dann bleibt in Deckung Okay, der Gelb ist weg Ich bin ein bisschen gestresst Den anderen, den anderen macht es fast schon Das Gute anwählt ist, er ist tot Lila ist tot Ich will nicht darauf herumreiten, Agent, aber ich brauche dieses Geld Intakt Bei Zimmertemperatur Keine verbrannten Ränder Verbrannt heißt Hitze Und Hitze heißt runter mit dem Ballkleid Und vermeiden sie dabei getötet zu werden Verbrannte Agenten helfen uns auch nicht weiter Ich hab einfach, äh Ja, für meine ganzen Sachen keine Munition Doch jetzt hab ich hier wieder welche Die war noch Das ist die gleiche Ach deshalb Ah, wie doof Ne, ist okay, ich versteh's Warum die eine immer leer ist und die andere leer ist Ich muss, ich gleich wieder rusten Weil Okay, hab ich Ich brauche mit Furchtbar viel Furchtbar viel Furchtbar viel Furchtbar viel Furchtbar viel Gehen sie hin Aus dem Weg Ich weiß, ich wiederhole mich Aber wir brauchen diese Scheine Fabrik neu Sozusagen Furchtbar viel Aufzuschauen 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 Ja, klatsch Äh, was ist das? Äh, was ist das? Äh, was? Down Äh, was? Ich versteh's gerade nicht Ich guck mal in den Aufzuschauen Ich guck mal in den Aufzuschauen Ah, das ist der andere Ah, benutzt du einfach meinen Batscho Da ist einer Oh, ne Ich bin zu nah dran, glaub ich jetzt schon Scheiße Komm wieder zurück Schier gescheitert? Wahrscheinlich schier gescheitert Wahrscheinlich schier gescheitert Wahrscheinlich schier gescheitert Naja, scheiße Okay Okay Empfehle den tragbaren chemischen Tanken als Ziel Wie jetzt schon? Sollen den tragbaren Oh, da ist das Arschloch Oh, 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 oh Feine näher, solche Demos mal wegkennen Tun Ich habe ihn Ja, er br- Feine nähern sich über die Rolltreppe Das muss man noch ein paar Mal machen bis dann Oh, ja Aber wenn dann einer kommt in die Ecke Mit der Feuerwehr-Axt trieb ich nicht niederlacht dann ist das schlecht. Ich bin down. Du müsstest zu mir kommen. Ja, ich versuch's. Ja, und vor dem Typ wegrennen. Hinter dir ist einer, der wohl dir böse ist. Das ist nicht der. Hinter dir, hinter dir. Das ist der Typ, der mich auch weggemacht hat. Okay, vorbei. Was noch? Der hat mich auch weggemacht. Ich hab den anderen fast tot gehabt. War das hier, wo ich gedacht hab, man könnte vielleicht hochgehen? Trauen wir nicht. Wir machen das jetzt. Ich muss dem einen halt direkt die Haftgranate. Das war einfach los. Das war nicht am nächsten. Headshot. Okay. Genau. Oh, oh. Oh, oh. Wildiges Ziel? Wieso? Wieso trifft der? Empfehle den tragbaren chemischen Tank als Ziel. Oh, wow. Fuck. Wir versuchen auf die Rolltreppe. Herbrechen. Oh. Feinde nähern sich über die Rolltreppe. Geil. Feinde nähern sich über die Rolltreppe. Ah, nein. Die. Verbündete Division Agent getroffen. Ja, okay. Vorbei. Tod. Oh, Mann. Das müssen wir anders machen. Das müssen wir anders machen. gleich versuchen hoch zu rennen da wo die herkommen die kommen die kommen von da oben und da die kuppen ja ich bin oben die sind jetzt unten oder? ja ja alle sind alle unten, ok die haben nur die möglichkeit über die kuppen die frage ist wo stelle ich mich hin? hier hallo? was schießt denn da auf mich? ich sehe den gegner nicht hier unten nein irgendwas trifft mich ich weiß aber das war's also das hier ist ganz schlecht weil ich werde erschossen und habe keine ahnung von wem empfehle den tragbaren chemischen tank als ziel bin kaputt weil ich nicht weiß wo ich getroffen werde keine ahnung keinen gegner gesehen von unten ja von unten nein ich stehe hinter der von unten auf gar keinen fall ich stehe hinter der säule also ich bin soll ich aufgeben oder kommst du? ja 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 ok funktioniert auch mit ist schneller oben als ja ok gut also aufgeben also was mit der hoch rennen lassen wir das sieht zwar am anfang sehr sehr gut aus aber irgendwie werden wir da oben weggesnackt ohne ende und wissen nicht warum also ich nicht ich hab's nicht verstanden jeâ ich weiß nicht wie ist das wenn du wer 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 Oh nein, nein, da ist ein Schuss. Oh nein, schau wieder. Alter, wo kommt der her? Wo ist er, wo ist er? Ja, hinter mir. Hat mich jetzt weggemacht. Wo kam denn der her? Die Sau, schon wieder der gleiche. Mann. Hast du ihn tot gemacht? Er hat halt einen saugroßen, saugroßen Reißschweiß. Er hat mich gleich schon bedacht. Ich renne jetzt einfach weg. Derzeit kann ich den vielleicht auf die Tank schießen. Ich hab ja noch andere. Oh, was? What the fuck? Merk ich gerade. Okay, hab ihn. Oh, Mann. Wo ist er? Oh, wo ist er? Ey, hallo. Wo war denn der? Ich bin down. Ich hab keinen Überblick. Nee, das war doof. Ich hab da einfach keinen... Du auch, down? Und weg. Nee, wir müssen das ganz anders machen. Wir müssen viel weiter zurück. Wir müssen zurück. Wir müssen die triggern und dann zurück. Wir sind zu... So, wie war's wo kommen da? So weit. Das heißt, wir müssen es hier, aber dann können die von irgendwo kommen. Am besten, nee, da in die Ecke. Da, hier hin müssen wir. Nee, 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 nee. Nee, gut. Na, auf keinen Fall hab ich schon probiert. Schon. So, dann müssen wir uns hier hin, genau. Und müssen dann in beide Richtungen absichern. Ja, kommen sie jetzt schon, ja. Mhm. Müssen wir grad gucken, welche Nähts ich noch hab. Drei Splitter. Was Schlimme ist, ich hab insgesamt nur knappen 80 Schuss. Kommt halt mit zweit, mit den Dingern. Ähm, schieß mal. Schieß doch. Ja, okay, nee, ich werf mal einen Meter. So, Endshot. Und da kommt einer. Diesmal kriegt er mich nicht. Empfehle den tragbaren chemischen Tank als Ziel. Okay, jetzt müssen wir halt schon weg. Im selben... ...Ding so weit. Okay, einer brennt. Nochない. Äh, ja, ja. Sieht gut aus. den habe ich aber das ist doch einer auf die hälfte von dem was ich eigentlich machen wollte aber dann kommt der von da ja hallo was ein scheiß kommt raus kein bock mehr drauf das ist quatsch das klima nicht hin wenn der typ allein das wäre aber da kommen ja so viele ich habe halt aktiv falsche waffen ja ich auch ich habe vor allen dingen nur 80 schuss und das ende aber da liegt irgendwas was ist das was ist das was ist das sag mal was ist denn mit hier ist ja gut ist denn da so ja empfehle den tragbaren chemischen tank als Ziel Kriege ich auch nicht hier aus, nicht? Äh! Okay! Hey, weg! Ja, klar! Wer hat das geschafft? Ah, Kacke! Ich bin auf der Rolltreppe! Gerade so und Heilung! Oh, oh, das ist der und der frischt mich immer! Ah, diesmal aber nicht, weil ich die richtige Deckung habe! Oh, dann kommt einer von hinten! War schon schon platt oder was? Ich bin tot! Wir brechen diesen Auftrag jetzt ab! Das ist Quatsch, das da! Es ist ja nicht so, dass wir knapp scheitern! Sondern es sind noch 20 Gegner da, wenn wir sterben! Das macht gar keinen Sinn! Kennst du mal, ähm, was hat... Warum hat die nur 80 Schuss? Äh, ich hab nur so viel in die Schussball... Nur dieses Scharfschützengewehr hab! Ich hab keine normale MP mehr! Die SCAR ist die gleich Milzung wie die andere! Das hab ich leider nicht durchdacht! Äh, bitte! Also ich weiß nicht, wie man hier nochmal rauskommt! Ich auch, ne! Hier ist aber eigentlich zu! Ja, hier ist zu! Ne, wir müssen uns einfach... Wir müssen uns noch einmal töten lassen und dann wieder anders, wo wir leben! Oh mein Gott, das hat unfassbare Nachladezeit! Das war meine! Das war meine! Ich weiß! Ich weiß! So, jetzt halten, um aufzugeben! Und dann... Äh, Moment! So, Sterbeort! Ein Agent in Ihrem Team ist verletzt und braucht Hilfe! Außer Gefecht! Und jetzt... Müssten wir... Gruppenbeobachtung... Ne, jetzt... Hallo? Oh, Mann! Nein! So, zack! Ähm... Karte! Das ist nicht, dass wir hier nochmal rauskommen! Sicher! Sonst wär das Spiel zu Ende! Wenn wir den Auftrag nicht schaffen, müssten wir das Spiel dann praktisch neu installieren! Das war Quatsch! So, okay! Ähm... X! So! Safe House! Was ist so das Safe House? So, ich bin im Safe House! Ich bin raus! Laut Aufzeichnungen ist dieser Bereich sicher! Ja! Bist du sicher, wo ich bin? Oh, Mann! Ist das eine Scheiße! Ne, da unten sind wir doch bei Weitem, nicht? Und außerdem muss ich jetzt irgendwie... ... nicht auffüllen! Ja, 135 ist das Maximum! Das heißt also... Ja, dann holst du schon... Mann, ich waff jetzt! Ja, mach ich doch! Mann! Zack! Inventar! So! Die lassen wir! Und aus der... Tja, toll! Mhm! Ich hab aber keine mehr! Stufe 7, was ist das Besondere? Hm? 11,5% kritische Trefferchance! Dafür nutzt er auch wenig Schaden! Aber sau schnell! Nehmen wir die! So! Statt der da! So! Mhm! Ja, weil jetzt da hab ich 1017 Schuss! Und der trifft ziemlich genau... ziemlich gut, ähm... äh... kritisch! So! Okay! Können wir uns auf harte Zeiten befassen haben! Aber Rick, hör ich euch sagen... Nur die ist halt... ja, vom Schaden her... eher doof! So! Was machen wir? Aus! Ich verticke immer noch bis jetzt gleich! Achso, okay! Wollen wir doch mal was wir aussuchen! Das gehört ja alles zusammen, irgendwie! Scheiße! Ich glaub da draußen ist jemand... Ja, ja, ja... Ich will das nicht! Welcher war das? War das das hier, was wir gemacht haben? Nein! Aber... Wo ist denn jetzt die kontaminierte Zone? Ich glaub da... Ich raff das nicht... Wir bestätigen den Erfolg von Faser! Darum ist Kampfgegnerstufe... 5... äh... Vermisst Michael Dufresne Teil 1... Ich glaub da draußen ist jemand... Ich glaub da draußen ist jemand... Du meinst du... Was? Hä? Da wo die Stufen 1 bis 3 sind... Wo ist das? 3 bis 5... 5 bis 9... 9 bis 12... 2 bis 4... 3 bis 4... 2 bis 4... 2 bis 4... 2 bis 4... Gut... Dann... Ist da ein Safehaus irgendwo? Oder ist... Ist das auf der ganzen Karte... Nur so wenig Safehäuser? Ah doch, da ist eins! Ey, ist das voll! Wäsche was? Wir... Muss ich mal ein bisschen raussuchen, ne? Ja, ich bin ganz raus... Weil das Ding ist noch ziemlich groß... Es geht... Aber... Ähm... Oh mein Gott! Alle, die mich hierher geschickt haben... Ein herzliches Leckt mich! Oh... Diese Sprach-Samples gehen mir gerade ein bisschen auf der Sack... So... Hier, Gegnerstufe 3... Pennsylvania Plaza... In der Nähe von meinem... Dingens... Oder können wir da schnell Reisen hin? Ja, mach erstmal schnell Reise... Genau... Wohin? In mein... In mein Quartier... Hier mal... Mann, 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 Mann... Kann Objekte mit anderen Spielern handeln? Hey! Was ist das? Warnung! Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich! So... Dann... Oh, du bist ja noch ganz bei der mir in der Nähe, oder? Ne... Sind wir dir im Haus? Ich weiß nicht, wo du bist... Was war das? Wiederhole, Phase 1 erfolgt! Oh, ist okay... Und dann nehmen wir diesen Nebeneinsatz mit Gegnerschiffe 3... So... Agent, wir müssen eine Nachschublieferung sichern! Gemeinsam schaffen wir das! Ja... Aber ich bin ehrlich froh, dass du da draußen bist und nicht ich! Jetzt... Jetzt...